Im heutigen Video möchte ich dir meine Lieblings-Apps, wenn es um das Thema Kurzvideos geht, zeigen. Und zwar gebe ich dir einen Einblick, wie ich mit erstens CapCard arbeite und zwar direkt vom Computer und wie ich Canva nutze für meine Kurzvideos. Lass uns loslegen. Warum nutze ich unterschiedliche Software, je nachdem, ob ich für YouTube ein Langform-Video erstelle oder ob ich Kurzform-Videos erstelle, weil die Ansprüche einfach unterschiedlich sind und ich zum Beispiel aus diesem YouTube-Video auch einen Blog-Beitrag mache, eine Podcast-Episode mache und diesen Content weiterverwende. Und da hilft mir eine spezielle Software, die heißt Descript. Ich verlinke dir hier auch noch ein Video, wo ich Descript erkläre und ich verlinke dir auch gerne ein Video in der Beschreibung, wo ich meine Kurzvideo- und meine Langvideostrategie erkläre. Aber lass uns hineinsteigen in die zwei verschiedenen Möglichkeiten, die ich hier je nach Ziel des Kurzvideos nutze. Fangen wir mit Canva an. Ich nehme dich mit in meinen Canva-Account und zeige dir, bei welcher Art von Video ich Canva gerne nutze. Dieses Kurzvideo habe ich zum Beispiel erstellt und das hat sehr, sehr gut auch auf YouTube funktioniert. Und das ist eine Vorlage hier von Canva, die ich mit meinen eigenen Medien ergänzt habe. Und ich spiele es mal kurz vor. Also wirklich eine ganz einfache Art, hier dein Video hereinzuziehen als Hintergrundvideo und hier so ein bisschen so im Twitter-Style einen Spruch oder einen Ausspruch von dir, den du sehr, sehr gerne auch immer wieder zu deinen Kundinnen sagst, hier hineinzufügen und dadurch deine ganz persönliche Note auch in ein Kurzvideo zu bringen. In dieser Variante nutze ich Canva sehr, sehr gerne. Und ich zeige dir jetzt auch noch ein zweites Format, wo ich Canva sehr gerne nutze. Das ist zum Beispiel die Halloween-Vorlage, die meine Mitglieder vom Kurzvideoclub direkt auch als Canva-Vorlage zum Nutzen bekommen haben. Wenn dich das interessiert, ich verlinke dir den Link zum Kurzvideoclub unterhalb des Videos. Was ist das Tolle daran, wenn du Canva nutzt? Du hast hier schon, wenn du die Pro-Variante hast, aber auch in der kostenlosen Variante, schon sehr, sehr viele Videos und auch Fotos als Vorauswahl. Und die du einfach nutzen kannst. Und ich spiele dir hier mal dieses kurze Video vor. Ja, also ganz einfach gemacht mit allen Mitteln, die Canva zur Verfügung stellt. Und für das ist Canva extrem gut geeignet. Jetzt gehen wir zu der anderen Software, die ich super gerne nutze und die du auch gratis nutzen kannst. Und das ist CapCut. CapCut hat es bis zum Sommer nur als App auf dem Smartphone gegeben. Und seit dem Sommer gibt es auch auf dem Computer. Und ich nutze es hauptsächlich auf dem Computer, weil es für mich viel einfacher ist zu bearbeiten. Ist momentan gratis noch CapCut? Und warum entscheide ich mich bei manchen Kurzvideos für Canva und bei manchen für CapCut? Wenn ich als Person hauptsächlich auf diesem Video bin und ich zum Beispiel mit Greenscreen arbeiten möchte und ich Übergänge haben möchte und ich viel schneiden möchte, dann nutze ich CapCut, weil das für mich viel einfacher ist als in Canva. Wenn ich aber so wie im vorigen Abschnitt nur, nur unter Anführungszeichen, ein Hintergrundvideo habe, einen Spruch, auch viel mit Text und Bildern arbeiten möchte, dann ist für mich Canva einfacher. Und wenn ich dich jetzt mitnehme in meine aktuellen Projekte hier bei CapCut, da siehst du zum Beispiel mein letztes Video, was ich gerade erstellt habe, hier für Kurzvideo. Also meine Strategie ist ja, dass ich nicht die Kurzvideos, also sprich ein Instagram Reel direkt in Instagram erstelle oder einen Pinterest ID Bin direkt in Pinterest, sondern ich erstelle ja diese Kurzvideos immer außerhalb der Plattform, sodass ich sie einfach auf alle Plattformen ganz einfach posten kann, ohne Wasserzeichen und ohne über eine dritte Webseite ohne Wasserzeichen runterzuladen. Du siehst hier schon so ein bisschen auch den Unterschied. Du kannst hier, das kannst du natürlich in Canva auch, das freistellen von dir. Ich finde das aber hier, dass das in CapCut besser gelöst ist. Und du hast hier einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten, hier mit Sticker und Effekts und Transitions zu arbeiten. Und das Allerwichtigste ist aber, warum ich auch bei den Kurzvideos, wo ich selbst zur Kamera spreche und auch viel spreche, CapCut nutze, ist, wenn du hier auf Text gehst und hier auf Add Captions, das heißt Untertitel hinzufügen, dann kannst du hier deutschsprachige Untertitel ganz, ganz einfach zu deinen Kurzvideos hinzufügen. Und das ist wirklich notwendig, dass deine Kurzvideos eine höhere Reichweite bekommen, sodass die Menschen mitlesen können. Und das geht halt in CapCut super einfach. In Canva müsstest du die Untertitel selbst händisch dazugeben. Und du möchtest jetzt am liebsten gleich loslegen mit deinen Kurzvideos, aber dir fehlen die Ideen? Dann schau dir dieses Video von mir an.